Ein Weihnachtskrippen Ich möchte ein Weihnachtskrippen sein oder ein Schafl oder ein Heiligenschein oder die Mama vom Jesuskind Ich würde es zudecken ganz geschwind Ich würde es so gerne haben Ja, ich würde es lieben Ich würde es mit den Kinderwagen umeinander schieben Das gehört aber nicht an Nein, das Christkind liegt in der Krippen rein und ich möchte das Krippel sein